Düsseldorf, 444 Rachitis-Fälle, das verborgene Wissen über Vitamin D. Hier spricht Raimund von Helden vom Institut Vitamin Delta, heute mit einem Referat einer Doktorarbeit aus dem Jahr 1941. Welche Gefahren hat man damals im Vitamin-D-Mangel gesehen? Die Rachitis als Ausdruck des starken Vitamin-D-Mangels ging einher mit einem weichen Brustkorb, oft Atemwegsinfekte, der Darm war träge und gebläht und man sah darin eine 10-fache Todesgefahr. Und insbesondere die Lungenentzündung hat vielen Kindern mit Vitamin-D-Mangel den Tod gebracht. Was hat Vitamin D umgekehrt geleistet? Man hat beim Fieber 8.000 bis 12.000 Einheiten Vitamin D gegeben, einen günstigen Verlauf gesehen, ein Drittel weniger Sterbefälle. Und das in einer Zeit, als es noch keine Antibiotika gab. Hier sehen wir hohe Zahlen mit einer über 40%igen Sterblichkeit, die auf 20 und weniger zurückgegangen sind. Das ist der Erfolg des Vitamin-Ds und die Sterblichkeit wurde zumindest halbiert. Es muss neben der Therapie, ja, man hat gesehen, Knochenschäden und Infektanfälligkeit, das ging immer Hand in Hand. Und Vitamin D wurde als eines der besten Heilmittel eingeschätzt. Dennoch gab es immer wieder zahlreiche Rachitis-Fälle. Und deshalb hat man gesagt, wir brauchen eine Prophylaxe. Vitamin D hilft nur, aber nicht, wenn man es nachlässig einsetzt. Wir brauchen eine umfassende Prophylaxe. Das war schon damals die Erkenntnis, an der wir heute noch nicht viel weiter sind. Wie wurde Vitamin D angewendet? Man gab Vegetol-Tropfen, jeder Tropfen mit 400 Einheiten. Und aus diesen Tropfen wurden 10 Tage lang dreimal täglich 4.000 gegeben. Das war eine Summendosis von etwa 120.000 Einheiten. Und hier im Vitamin-D-Simulator, den ich entwickelt habe, können wir sehen, was das für den Vitamin-D-Spiegel bedeutete. Er ging nämlich von diesen schlechten Werten auf Werte etwa um die 80. Also intuitiv hat man hier damals schon so dosiert, dass ein therapeutischer Spiegel im Bereich 60 bis 100 dabei herauskam. In einem weiteren Beispiel für ein Kind von 16 Kilo wurde diese Dosis angesetzt von 240.000 Einheiten. Und hier wurden dann auch so Werte um die 100 erzielt. Dieses kann man leicht mit dem Vitamin-D-Simulator durchspielen. 120.000 Einheiten bei einem Kind setzt den Spiegel auf 70 Nanogramm herauf. Und das bedeutete Lebensrettung. Wie konnte man den Vitamin-D-Mangel denn damals schon erkennen? Nun, Ärzte untersuchten damals intensiv mit den Händen. Das heißt, weiche Gruben am Hinterkopf, Rosenkranz, Rippen in Serie, Schwellung der Handgelenke, aber auch Verstimmung, Appetitmangel, Ängstlichkeit, schmerzhafte Beine. Das ist das Syndrom und die Signale der Rachitis. Und statistisch erfasst ist am häufigsten gewesen Craniotabes, das heißt weiche Gruben, tastbar auf dem Hinterkopf, teilweise auch mit knubbelig aufgetriebenen Rippen. Das sind hier die vier Zeichen inklusive der dicken Gelenke und hier auch nochmal im Bild die Gruben, die Knubbel an den Rippenrändern, hier die Schwellungen der Handgelenke, die so kissenartig wie Pulswärmer erscheinen und hier auch der Froschbauch, dass eben die schlechte Verdauung, die Darmträgheit beim Kind hier als Zeichen der Rachitis zu bewerten ist. Mit den Händen kann man es herausbekommen. Wie dosierte man damals die Vitamin D-Prophylaxe? Hier diese Tropfen habe ich dann mal in Einheiten umgerechnet, also man gab etwa 1000 bis 2000 Einheiten, in speziellen Fällen auch mehr. Und wenn wir das mal in den Simulator eingeben, dann wurden hier also ganz zügig Spiegel von 50 bis 100 erreicht. Man machte auch manchmal jede vierte Woche eine Pause, so war es im Text beschrieben. Man erreichte jedenfalls therapeutisch wirksame Spiegel schon nach etwa zwei Wochen und blieben im Allgemeinen unter 150 Nanogramm. Mit den 1000 Einheiten, die wir heute üblicherweise geben, werden die 50 Nanogramm erst nach zwei Monaten erreicht. Das heißt, ein sehr langsamer Anstieg führt dazu, dass der optimale Schutz erst nach einigen Monaten eintritt, zu wenig. Und ein erfolgreicher Spiegel damals waren eben diese 2500 Einheiten. Welche Dosis hatte dann die Vitamin D-Stoßtherapie? Nun, hier im Text ist zu entnehmen, dass etwa 10 bis 12 Milligramm zum Einsatz kamen, rund 400.000 Einheiten fürs Kind. Und das auf ein 20-Kilo-Kind angewendet, bedeutet das, dass der Spiegel Richtung 140 flott ansteigt, aber auch unter 150 geblieben ist. Das war der erfolgreiche Vitamin D-Stoß, der dann oft rettend war. Indikationen für die Vitamin D-Stoßtherapie hat man gesehen, wenn es Muskelkrämpfe gab, wenn der Brustkorb ohnehin verformt war, wenn das Kind Fieber, Husten oder Lungenentzündung hatte oder wenn überhaupt nicht an eine zuverlässige Einnahme geglaubt wurde. Dann wurde die Stoßtherapie ein Welterfolg, weil die Kinder überlebten. Stoßtherapie ist auch im englischen Sprachtum genau wie Kindergarten ein Begriff geworden. Bei hohem Fieber, da hat es geholfen. Das ist die Botschaft aus Düsseldorf 1941. Vitamin D, das wurde zum Lebensretter für Kinder. Vielleicht 2000 täglich, im akuten Fall durchaus 400.000 Einheiten. Hauptsache, man blieb im Bereich 50 bis 150, dass man die Wirkung erzielen konnte. Nebenwirkungen wurden hier im gesamten Bereich der Arbeit nicht beschrieben. Und wir können heute den Vitamin D-Simulator nutzen, der eben zeigt, dass der Spiegel sehr sicher in diesem Bereich 50 bis 150 zu steuern ist. Die Gefahr liegt immer darin, dass man zu gering dosiert und die Erfolge oder den Nutzen des Vitamin D dadurch verpasst. Ansonsten ist von solchen Spiegeln nichts Nachteiliges zu befürchten. Dankeschön. Hier sprach Raimund von Helden vom Institut Vitamin Delta.